Grüß euch! Ich bin's, der Christoph Mente vom Maschinenring Oberösterreich. Ich bin Kundenbetreuer und zuständig für die ganzen Themen rund um den Winterdienst. Wie ihr alle wisst, der Sommer ist zu Ende und der Winter steht vor der Tür. Die meisten Kundenverträge bei uns sind abgeschlossen und beim ersten Schneefall wissen wir ganz genau, was zum Teuer ist. Über das Streitmaterial braucht es euch keine Gedanken machen, genauso wie über unsere Geräte. Die sind alle top in Schuss und ebenso unsere Mitarbeiter, weil durch die Schulungen sind die immer am neuesten Stand. Der Herausforderung im Winterdienst sind wir uns sehr wohl bewusst und das macht uns seit Jahren zum Marktführen im Geschäftsfeld. Wir haben ein Präventivkonzept, eine 24-Stunden-Bereitschaft, die modernste Technik und durch unsere Wetteranalysen sind wir immer top drauf. Was uns ganz klar von anderen unterscheidet, ist die Infrastruktur. Durch unsere regionalen Standorte in ganz Oberösterreich kommen Mitarbeiter in ihrer Region zum Einsatz und das hebt das Engagement und die Bereitschaft. Wir wissen, dass wir die Arbeit sehr gut erledigen und darum übernehmen wir für die von uns betreuten Flächen die Haftung, weil deine Sicherheit, die deiner Mitarbeiter und deiner Kunden steht bei uns an erster Stelle. Danke lieber Kunde für das von dir entgegengebrachte Vertrauen und eins ist klar, wir bringen euch sicher durch den Winter. Vielen Dank.